Vor allem jetzt die letzten Wochen haben wir das Stichwort Micromanagement ein paar Mal erwähnt, wo eigentlich diese Dichotomie im Leadership, wenn man vielleicht sowas von Jocker ein bisschen hernimmt, dass es immer so eine Balance geben muss zwischen, wenn wir das jetzt hernehmen, Micromanagement und ganz laissez-faire Führung, wo wir ja auch irgendwie schon ein paar Mal darüber gesprochen haben, dass das ja auch eine individuelle Geschichte sein muss eigentlich. Also es kann nicht funktionieren, dass man sein gesamtes Team micromanagt und es kann aber auch nicht sein, dass man einfach alle quasi einfach loslässt und dann fast schon quasi hofft, dass die Aufgaben richtig verstanden werden und dann auch dementsprechend durchgeführt werden. Und da hast du quasi die Stichworte vom Vertrauen geben auch schon erwähnt, was da ja genauso reinfällt quasi, ob ich jetzt das Vertrauen gebe, dass man Aufgaben selber einfach nur durchführt, ohne dass ich dann je irgendwie nachprüfe, ob das tatsächlich so gemacht wurde. Also reden wir zwar viel drüber, aber es heißt nicht, dass das eine hundertprozentige Geschichte ist, mit man gibt einmal Vertrauen und dann überprüft man das nie wieder, sondern halt am Ende des Quartals, ja ja, das wird schon passen, was die Person da in Aufgaben hatte. Und auch da ist ja wieder dieses Feingefühl notwendig, wo man natürlich den gesamten Rahmen, wie wir ja gerne sagen, erstmal aufbauen muss, damit das überhaupt möglich ist, entsprechendes Vertrauen zu geben. Damit auch dann die Teammitglieder verstehen, was dieses Vertrauen bedeutet, weil was du eben auch immer wieder erwähnst, ist es nicht das, was man predigt oder dem Team vorgibt, sondern was man dann tatsächlich akzeptiert. Das ist ja auch etwas, wo man sich als Führungskraft dem Team annähern muss, damit das Team versteht, was das überhaupt bedeutet. Also ab wann werde ich sozusagen überprüft, wenn man das als sehr hartes Wort sagen möchte, ab wann werde ich überprüft. Und diese Balance zu finden ist, glaube ich, auch ein langer Prozess, vor allem für junge Führungskräfte und neue Führungskräfte ist das, glaube ich, eine wichtige Geschichte, da so früh wie möglich gedanklich reinzukommen in, wie entwickle ich so ein Verständnis von meinem Team und den Arbeitsaufgaben. Das ist ja auch ein Verständnis von meinem Team.